Ruf die Schweine, denn jetzt kommt Pogsplay Minecraft. Alter, hast du schon wieder ein Schaf ausgebüßt oder immer noch? Wahrscheinlich das gleiche. So, wir haben jetzt eine Folge Zeit, endlich das Haus fertig zu bauen, Jungs. Ja, Alarm. Alarm. Das ist gut. Erst mal in Andis Porno-Club hier gehen. So, Verbesserungsvorschläge von euch. Ja, wir machen jetzt die Treptors. Also, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einer vorgeschlagen hat, da lieber Treptors hier zu machen. Ja, Andi? Ich bin sehr angetan von dem Vorschlag. Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, wir haben unten noch welche und ich bringe die Schilder in die Kiste. Ich gehe voller holen. Gleich Survival oder Creative. Es wird noch eine Abstimmung auf Facebook geben. Oder Hardcore. Die ist dann bis jetzt schon fertig wahrscheinlich. Also, wenn ihr das jetzt hört, braucht ihr gar nicht mehr abstimmen. Und dann Survival, Creative oder Hardcore. Je nachdem wird dann hoffentlich die Map hier unten zum Download sein. Hier unten. Also, bei dieser Folge dann? Bei dieser Folge, ne? Also, bei dieser Folge werden wir dann später den Download-Link reinmachen. Ja. Schilder. Du bringst mich gerade schon wieder ganz durch einander, mein Junge. So, Schilder. Äh, ich glaube... Ah, das ist alles. Wie viel... Äh, Däuben? Ich weiß nicht zufällig, wie viele schwarze Volleblocker wir noch brauchen. Nicht... Doch, ich kann... Doch, für dich eigentlich würde ich alles tun. Ich kill's sogar ab. Dann tu's mal für mich. Wow, richtig nett. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben mal eins, zwei, drei, vier. Sieben mal vier ist 28 plus eins ist 29. 29 schwarze Volle. Ja. Und auf jeden Fall auch richtig geiler Vorschlag, das Sofa so bauen. Also, aus den Kommentaren, ja. Ein Sofa so bauen, dass wir hier so rausgucken können. Ja. Das werden wir auch so machen. Aus welchem Material machen wir das Sofa? Aus... äh, Stone Slaps und Schildern. Mhm. Ja. Ja. War das so? Ansonsten hätte ich keinen Style. Äh, abgelehnt. Warum? Ein weiter rein. Jetzt können wir keine Schilder mehr dran machen, oder? Äh, nein, können wir nicht. Das würde mich jetzt mal richtig dick interessieren. Nein, kann man nicht. Doch, okay, können wir nicht. Nee, kann man nicht, nee. Okay, eins enger. Und dann halt ein Holztischchen da noch hin. Ja. Ein Slap. Das ist gut. Hab ich. So. Fertig. Dann wollten wir noch ein Lamp... Äh, es gibt ein dickes... Boah, jetzt hab ich die Schilder weggebracht. Ich hab Schilder, aber nur zwei. Ja, ich bin die Resselschen da fehlend. Und wir brauchen gleich noch, ähm... Ähm, ein paar Bilder. Äh, ich habe ein Bild. Achso, für den Club. Äh, und es gibt ein... Aber es sieht kack aus, wenn wir jetzt über den Billardtisch noch eine Lampe hängen. Warum? Das wäre nicht symmetrisch, wenn man sich die Decke da anschaut mit den ganzen Glasstreifen. Ich mache einen Vorschlag, wir drehen den Tisch um. Da können wir es symmetrisch machen. Ich reife den Tisch mal ab. Ähm, also nochmal eine Abstimmung, die ist jetzt schon fertig. Auf jeden Fall findet ihr dann hoffentlich unten den Download-Link. Mit dem Zustand dieser Map am Ende dieser Folge, wenn wir bis dahin fertig sind. Aber das sollten wir sein. Ansonsten machen wir Überstunden. Ja, dann gibt es hier jetzt die Luxe-Folge, ja? Aber eigentlich ist es nur noch dieser Raum und einfach mal überall so rumgucken, was noch kacke aus... Oh, fehlend. Scheiße. Was? Scheiße, wir können es nicht perfekt machen. Warum? Weil, guck mal, der Holz hier oben, du schaust ja gar nicht so was. Holz hier oben ist drei und der Tisch ist nur zwei breit. Wie willst du es dann da perfekt da drunter machen? Ja, lass ihn doch einfach so stehen wie er warst. Dann verschieb ihn doch einfach um ein. Nein, geht ja nicht. Doch, ein nach hier. Nein, der ist ja nur vier lang. Ach, vier lang, ich dachte, der war drei lang. Hä? Ist der drei lang? Ja, drei lang. Ja, dann ist richtig geil. Zum Mongo. Lern zählen. Also, sehr gut fand ich auch das Kommentar eine Folge ohne Beleidigung. Wie langweilig ist das denn? Ja, das ist doch mal hier richtig geil, ja? Ein Foto. Ja, genau, das war 58. 58. LED an der Wand. Ähm, so, 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 so. Also, hast du noch schwarze Wolle, Ani? Äh, nee, die Viecher fressen nicht. Boah, herrlich, herrlich. Ist doch richtig geil hier. Jetzt gönne ich uns auch Glowstone an die Decke. Was noch so ein Typ meinte, ist, dass man irgendwie, wenn man jetzt so der Pickaxe abbaut, kommt man vier Glowdust raus und wenn man es mit der Hand abbaut, nur zwei. Kann sein, weil damals beim Flügel, als ich dann doch die richtige Anzahl hatte. Ja, okay, wir haben noch 21. Okay, das waren jetzt drei Glowdust, wenn ich es mit der Hand mache. Zwei Glowdust. Okay, jetzt der Test nochmal, einmal abbauen mit der Hand. Einmal mit der Hand. Zwei Glowdust. Jetzt nochmal mit der Pickaxe. Zwei Glowdust. Also es scheint echt zu sein. Also Pickaxe ist doch besser. Achso, du brauchst ja jetzt. Wir haben gerade Glowstone verschwendet. Hallo, es war für die Wissenschaft. Aber da kann ich nichts mehr drum machen, sonst wird es Toom to Shoot. Ja. Also ich würde gar nichts tun machen. Ist ja ein Billardtisch, da kann das so offen sein. Wir müssen uns hier vorne noch eine Lampe gönnen. Also hier müssen noch so, ich finde so Sitzgruppen können hier eigentlich hin. Wollen wir hier aus... Ja, da kann man... Ja, da kann man halt... Ey, gehen vor die Stripstange, muss noch eine Bank. Oder zumindest Sitzgruppen, so kleine Tische und so. Ja, da können Leute zuschauen, wenn Anzi sich an der Stange regelt. Na gut, wenn du das sehen willst, ich weiß nicht. Ja, du meintest selbst, dass du das musst. So, Ironie ist eine Kunst, die man erlernen muss. Wusstet ihr, dass ein Mensch irgendwie erst ab dem 11. Lebensjahr oder so eingeblich in der Lage ist, Ironie zu verstehen? Ja. Aber irgendwie stimmt. Und auch erst ab einem gewissen IQ. Echt? Jetzt nochmal eine Frage. Irgendwer meinte, wir brauchen Bilder. Wo soll... Hier kann ein Bild hin. Keine Ahnung. Ob du einen guten Platz hast. Wir sind durchgebrochen. Hä? Komm mal ganz... Wieso bist du da durchgebrochen, ist die Frage. Wollte eigentlich eine coole Lampe hinmachen. Flamme und so. Was hat er getan? Was hat er getan? Er hat sie einfach runtergegraben. Hm. Wir haben unendlich tiefen Boden hier. Fast so wie ebenerdiges Baum. Nee, das Bild ist richtig kacke hier. Wir brauchen... Na, keine Spinnen. So was richtig heißes. Oh ja, scheiße. Warum ist das... Nein. Wir machen dieses... Dieses Frau... Dieses... Dieses... Zweiruhebild mit Mann und Frau einfach nebeneinander. Hä? Ja, auch. Weißt du das mit dem Einrad? Hä, wo sind Mann und Frau nebeneinander? Ja, bei diesem... Dieses. Und jetzt noch das Männerbild. Hä? Alter, das ist... Für mich sieht das aus wie ein Typ, der auf dem Einrad fährt. Was soll es denn darstellen überhaupt? Ich glaube, es soll eine Frau sein. Ist doch egal. Ich behaupte es jetzt einfach. Ich bin doch hier, der auf dem Einrad fährt. Egal, was das ist. So, was wollte ich noch? Ja, vielleicht schaffen wir ja sogar noch was mit der Beleuchtung in dieser Folge. Eventuell, aber ansonsten ist das auch unwichtig. Die Räume sind fertig. Das ist alles, was zählt. Jetzt brauche ich noch mehr Bilder, ne? Habt ihr Holz? Ich hab Holz. Massig. Und hier fehlen noch Stilde. Okay, ich hab noch nicht Massig, ich hab noch 22. Die scheiß Schafe sollen fressen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte auch letztens Probleme mit Schafen. Äh, die Fackeln können jetzt mal weg hier. Ja. So. Können wir gleich gucken, wo noch Beleuchtung hin muss. Ja, hier unten können... Verdammt! Hey, eigentlich ist es schon relativ hell hier. Ich werde jetzt wieder durchbrechen, wenn ich mich durchfraube. Jura, ein Ender, Mongo. Gibst du mir mal, äh, Holz? Ich hab ne Idee. Ah, ich hab noch 25 Stück. Ich hab ne geile Idee. Ja. Wir gönnen uns jetzt so LED unter der Strippstange. Der ist doch schon. Nein, mehr LED. Es reicht unter der Strippstange. Warum das reicht? Wirklich, wir müssen mehr verteilen, Däumen. Wirklich. Nein! Doch, und dann hier noch Klappe. Sie ist ein Däumen, wirklich. Alter, das ist dunkel hier. Hey, aber das bringt doch nichts. Das sieht man doch gar nicht. Ja, wenn man hier jetzt Glasblöcke nimmt, tut man aber nicht. Däumen, es reicht. Ernsthaft. Echt? Verschwindest mega viel gelost, indem du nicht vorher überlegst, was wir machen wollen. So, sollen da vorne nochmal das Mann-und-Frau-Bild hin? Nee, kannst ja ein Vierer-Bild machen. Ja, aber was für ein... Wo ist da Mann und Frau? Ach, das sieht so aus, finde ich. Das sieht aus wie ein Typ, der irgendwie im Himmel ist. Im Himmel, er schwebt. Ja. Ja. Irgendwie sieht es hier noch dickkack aus. Ich nehme an, da sollen noch Schilder dran kommen an die Bänke und so. Ja, und ein Tisch, ne? Und ein Tisch in die Mitte. Ja, was auch immer das für ein Bild eigentlich ist. Ja, müssen wir... Hier können wir noch irgendwas machen. Vielleicht noch irgendwas. Also, wenn eine Wolle fehlt. Äh, Holz. Wer hat für Holz? Ey, wer hat die Kacke hier gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe überlegt, vielleicht... Warum nicht? Weil hier irgendwie nur so ein Eingang ist? Ja, eigentlich braucht man gar keinen Eingang, weil rein theoretisch kann man ja so reinrutschen. Nein, das ist ja noch kackerer. Es ist gut. Däumen, wir sitzen hier eh nie. Das ist einfach nur Chill-Out-Area, falls hier mal Gäste kommen, ne? Gäste. Däumen, hol mal Pressure-Plecht. Ich hole in der Zeit Wolle. Damit ihr hier eure Kumpels einladen könnt, mit der Hood angeben. Also, wir freuen uns natürlich, wenn ihr Videos macht, aber dann schreibt uns bitte und dann gucken wir uns die an, ja? Und dann vielleicht promoten wir euch, wenn ihr irgendwelche geilen Videos damit macht. Keine Ahnung. Kian. Wenn ihr das irgendwie verwendet, bitte uns Bescheid sagen und keine Downloads. Also, gut, wenn uns Fragen, wenn ihr das irgendwo nochmal zum Download anbietet, also bitte nicht genau das Gleiche, sondern wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, die Map megamäßig ändert und das dann zum Download anbieten wollt, erst uns Fragen. Danke. Darf ich jetzt? Ja, eventuell. Hier, deine Ecke ist kacke. Warum? Deine Ecke ist kacke. Wir können nicht an beide Sitzbank-Enden hier Schild machen. Das ist natürlich kacke. Hierbei könnte es sich um kacke halten. Guck mal, das ist ja auch kacke, dann kann man nicht zur Strip-Stange gucken. Also lassen wir es jetzt so, wie es sieht. So sieht es viel besser aus. Jetzt noch Pressure-Plates. Richtig, Uwe. Darum kümmert sich Andi. Warum bauen wir hier eigentlich einen größeren Tisch als hier? Achso, hier wäre es nicht symmetrisch sonst. Genau. Wir müssen aber noch mehr hin. Wir sollen noch ein bisschen versetzt. Also hier muss noch einer hin. Also quasi so. Ja, das ist gut. Also einen versetzt noch. Also so beleuchtungsmäßig. Oder hä, wollen wir hier nicht vielleicht noch so Couches machen? Also, oder Couches, Cozy-Zone, also so irgendwie. Ja, aber so coole, nicht solche Treppen-Couches. Ey, doch, hier muss auch noch ein Tisch hinter. Nein, ich würde eher hier noch Sofa hin machen, oder? Ey, man sitzt doch nicht auf dem Sofa. Ja, aber nicht überall Tische, das ist auch kacke. Hey, im Club gibt es aber auch Sessel und Sofa. Ja, aber es ist manchmal so Tisch, Digger. Egal. Ja, in deinem Hartz-IV-Club vielleicht. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hingehst. Vielleicht hier irgendwelche Schwulen warst. Nein. Und es ist immer noch nicht geklärt, ob es da auch Leute mit Stangen gibt. Vielleicht wisst ihr das, ja. Klärt euch mal auf. Hier, warte, warte, warte. Das habe ich jetzt, was ich erwartet. Hallo, guck mal, ist das so genehm, wie ich das hier gerade baue? Ich weiß es nicht. Ich baue das einfach gerade. Nein, es ist unangenehm. Schau mal, Kier. Wir würden hier Schilder in die Mitte machen. Das ist unangenehm, ich muss das mit Schilder zu tun. Ja, Kier hat gefragt, ob es angenehm ist und ich sagte, es ist unangenehm. Du bist unangenehm, weißt du das? Wir brauchen noch Holz. Andy, hast du Holz gefällt oder soll ich mal gehen? Ich habe Holz, aber ich habe noch keins gefällt. Ich baue jetzt gerade Pressureplates. Er hat Holz, aber er hat noch keins gefällt. Alle Klavenwillen. Also ich habe nichts verarbeitet. Wir brauchen immer noch Pressureplates. Egal, ich besorge uns mal Holz, weil Andy nicht dein. Warte, kommt. Ja, ich dachte, ich soll die Pressureplates besorgen. Beides. Ich finde, um den Billardtisch hier, wo noch so ein bisschen Platz ist, da kann man auch Stehtische hinmachen. Ja. Okay, ich wollte gerade, ja, ich habe gerade komisch gesagt. Stehtische? Nein, ich dachte, du meintest Stehsitzgelegenheiten. Was? Ja, alles klar. Stehsitzgelegenheiten. Stehsitzgeleit. Geleit. Okay, ich stelle fest, in den Kühlschrank ist mal wieder nichts, aber wir haben nichts zu essen. Ich habe was zu essen. Ja? Andy ist Koch. Emil hat... Hä? Hier war gerade kurz irgendwie Schnee. Ich glaube, Emil fehlt echt. Ja. Emil ist nicht stubenrein. Er hat gestuhlt. So, Andy, was hast du für mich zu essen? Leckeres. Äh, Suppe. Das ist ein Angebot. Lecker, Pilsuppe. Kannst du es nicht? Na, egal. Passt schon. Ja? I'm waiting. Erkehren. Ich brauche noch eine. Genau. Wir sind jetzt auf 1.25. Ja, genau. Du kannst im Ofen einen Shift-Click benutzen. Das ist die einzig wahre Neuerung. Und nein, es gibt keine Vorstellung. Doch, das war gerade die Vorstellung. Warte, warte. Aber das musst du ja nochmal benutzen. So, wir brauchen Schilder. Ey, welcher Sackgesicht hat hier irgendwie Bäume gefällt und nicht nachgepflanzt? Welches Sackgesicht war das wohl? Epic Sonnenaufgang. Warte, das müssen wir auch. Ja. Ey, du musst... Schau einfach... Lol, wer hat so episch... Wer hat hier so episch gefailt? Kann man bitte der Bauherr des Badezimmersionen antanzen? Andi. Aber ganz schnell. Ich kann immer noch nicht schreifen. Ey, was ist denn hier? Ja, die Glasscheibe. Warum nach innen gesetzt? Weiß das. Kacke. Römer hat das Glas reingesetzt. Ja, ja, jetzt alles auf mich. Ernsthaft. Aber es sieht auf jeden Fall scheiße aus. Können wir das feststellen? Ja. Das sieht wirklich scheiße aus. Der reparierte sich für die Bäume. Ey, Kieran, du musst immer ganz lange auf die Sonne schauen. Vielleicht ist es dann ja möglich, das Bild so als Thumbnail zu nehmen. Tolle Idee. Ey, habt ihr noch Glas? Äh, nein. Ich baue... Ich habe Glas. Ich habe ganz viel Glas. Ein und vierzehn. Danke. Ja, das ist doch top. Das reicht doch. Macht Glaspaints und dann macht das mal bitte im Bad. Ja. Das wäre... Ey, wenn mir das nicht aufgefallen wäre... Hallo? Wir hätten das so zum Download angebohrt. Wer hat da jetzt zwei Wasserblöcke hingemacht? Wo, bei der Dusche? Ja, ich finde, da würde einer reichen, oder? Nö. Sosserverschwendung, muss ich echt sagen. Boah, geil, wie wir uns hier alle drei gegenseitig beim Stuhlen zugucken können. Ja, es ist extra so gemacht, Kieran. Es ist nur für dich, ich weiß nicht, was du magst. Sollte ich unsere Dingshalter, unsere... Social Kacken. Mensch, unsere Handtuchhalter waren eigentlich aus Ironbars, ne? Hä, was hat Ani denn gemacht? Das sollten keine Handtuchhalter sein. Aber jetzt... Aber ich mache noch Hebel drüber, ne? Ja, mach mal. Mit jeder zerbrochenen Scheibe sterbe ich einen kleinen Tod. Los, Kieran, mach's öfter. Äh, hoch oder runter? Eigentlich doch, Hahn geht ja ein bisschen hoch, also mach mir's hoch. Haben wir eigentlich so einen Kessel da rumharzen? Ja, ja. Ja, zwei Stück. Wie braucht man hier eigentlich? Ich brauche mehr Schilder. Ja, ich gehe jetzt Holz ab. Meister. Holz hacken! Hacker, hacker! So, ich... Ja, jetzt ist alles abgeholzt. Er ist unterwegs, Link. Ich habe gerade alles geholt. Seid doch leise. Ich muss mich selber von überzeugen. Und jetzt... Hat noch wer Holz? Ich habe ganz viel Holz und ich gehe jetzt oben in ein Sklopter. Das geht. Ich sammle ein paar Saplings ein, weil wir die ja... Da müssen auch noch Musikboxen... Letztens wieder aufgefallen... Was? Musikboxen. Wer hat eigentlich wieder die Fackeln so verteilt hingestellt? Ich hatte die mal ordentlich hingestellt. Wo denn? Was, Andy? Andy achtet nie auf solche Sachen. Wo denn? Bei der Farm. Ey, ich habe da keine Fackeln bewegt. Aber du hast dich hingesetzt. Nein. Ich setze sie einfach wieder in die Ecke. Will er sich herausreden. Den nicht. Äh, nee. Ich hatte hier aber ganz sicher mal ordentlich hingestellt. Das weiß ich nicht. Oh, es ist im Lauten gebrochen. So. Und ein Abweich. Wie viele Schilder brauchen wir eigentlich? Wollen wir uns eigentlich mal goldene Äpfel machen mit den Goldnuggets? Ja, das ist irgendwie unnötig. Ganz ehrlich. Die Questfindung. Es regeneriert die Heilung. Äh, beschleunigt die Heilung. Toll, Uwe. Ja, und? Für die Leute, die es eigentlich immer noch nicht verstanden haben. Nein, es gibt keinen Uwe bei uns. Uwe ist einfach nur ein toller Name. Genauso wie Detlef. Oder Hans-Lerner. Kein Uwe. Detlef hat es da, ganz ehrlich. Das sind alles so Namen, wie man Leute einfach nennen kann. Und es ist eine... Günther. Freundliche... Körperklaus. Körperklaus, Gesichts-Günther. Das sind auch sehr schöne Namen. Wirklich. Also, ne? Der Uwe ist halt ein guter Freund von uns, so. Okay, das verstehen die Leute unter elf wieder nicht. Die die Ironie nicht verstehen. So, wo sich Däume bleiben, die mit Glasspanes. Äh, ich hab schlecht eingesetzt. Nein, hier fehlt was. Du hast schlecht gearbeitet. Da fehlt was. Ich arbeite nicht schlecht. Ich arbeite immer sehr gut. Du arbeitest schlecht, Däume. Da fehlt noch was. Nein, es fehlt nie was. Natürlich. Höchstens habt ihr vergessen, es mir zu sagen. Warum wurden hier Glasspanes benutzt und da Glassblöcke? Wo wurden Glassblöcke benutzt? Guck mal, hier. Da müssen die nicht sein. Stimmt. Das war die Habe. Däume. Ja. Da könnte man Glasspanes reinmachen. So, und jetzt im Bad bist du immer noch nicht fertig. Da hast du die zweite Dings vergessen. Echt? Über ein Waschbecken. Habt ihr wohl mich nicht... Ja, die hab ich weggemacht und du hast sie nicht hingesetzt. Ich hatte halt kein Glas. Du hast mir nicht gesagt, dass ich sie hinsetzen soll. Ja, ich mach mal was einfach. Komm, wir haben noch nicht mehr viel Zeit. Zack, zack, zacken. Was fehlt denn überhaupt? Weil ich setze jetzt mal die ganzen Schilder. Das Holz. Und hier fehlt noch ein Stehtisch. Ja, Stehtisch. Wollen wir vielleicht auf die Stehtasche... Hive Slabs? Also Holzslabs? Ja, ich hab auch Hive Slabs dabei. Ja, ich hab auch. Hier. Äh, nee. Müsste... Aber ich hab Holz. Ich könnte welche Kraften. Dann tu das. Dann zieh ein Krafting Mensch hier wieder weg. So. Ähm. So, so, so. So, ich hab zwei Zäune bis jetzt. Sorry. Ey. Sorry. Äh, das reicht doch erstmal. Zwei Zäune, oder? Ah, jetzt häng auf. Mach ich auch noch. Ja, mach erst mal. Und? Oder wollen wir die nicht hier dran stellen lieber? Ja, sozusagen hier und hier. Ey. Nee, oder? Es ist zu hoch. Nee, es ist zu hoch. Viel zu hoch. Ey, mach doch einfach... Na, Half-Zaun. Nein, es gibt's ja... Aber hast du noch Redstone dabei? Äh, ich hab keinen dabei. Ich kann welchen holen. Nein, Andi, du machst keinen Pisten. Dahin ist die Kacke aus. Nein, ich rieche doch gar nicht davon. Ich will Boxen hier hinstellen, du Mongo. So. Achso, ja, dann sag mal schnell noch. Äh, brauchen wir irgendwann noch ein Schild? Oder wollen wir gleich eine Jukebox gönnen? Ja, Jukeboxen, dann eben Boxen. Aber es kostet Diamanten. Ja, und? Nein, gönnen wir uns mal. Wir gehen demnächst wieder in die Hölle. Äh, Hölle, Hölle, Hölle. Nein, ich gehe nicht in die Hölle. Nein. Die Höhle. In eine Höhle. Wir wollen nämlich eine neue Höhle decken. So. Wollen wir. Ein Diamanten. Ah, hol zu Redstone. Und zwei Redstone. So. Bist du sicher, dass wir nicht so 4.1-System machen wollen und so? Nein, das reicht. Okay. Achso, für alle, die sich beschwert haben, der Bass bei unserem 4.1-System, der ist im Fernsehen integriert. Also wir haben das nicht vergessen. Alle klar. Aber eigentlich fehlt jetzt noch eine Bar, ne? Stimmt. Nein, wir haben doch in der Küche so eine... Ja, toll. Ja, setz sie hier hin, am Eingang gleich. Einfach so eine kleine... Die kann man hier an die Bank direkt anschließen. Hat noch Stone Slabs. Brauchen wir dafür, würde ich... Oder nicht, ich würde sagen... Oder Wunden... Ja, Stone Slabs doch. Oder doch, Wundenplanks geht auch. Was macht ihr? Hast du mal Holz? Also ich habe Wunden Slabs noch. Hier, ich habe hier Holz. Ja, dann holen. Ja, gib mir mal Holz. Und wie viel ist es? So für? Äh, 27 für Jukeboxen und... 19, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27, so. Das wird ja alles hart rationiert. Fangen wir direkt an, dann... Wer baut denn hier da unten die Crafting Benches weg? Ich weiß nicht, ich baue euch wieder ab. Ja, weil wir die hier nicht haben wollen. Ja, aber erstmal, lass doch mal stehen. So, dann... Bis hier kann man die bauen. Ist ja einfach nur hier drei Half Slabs hinsetzen. Eigentlich ist der Begriff Halbslap ja voll dumm. Weil Slap ist ja schon halb und wenn man da Halbslap sagt, man hat man eigentlich einen Viertelblock. Äh, Andi? Ich weiß mal genau, überlegen. Ja, wohin die Anlage? Achso, die Anlage, keine Ahnung. Ich brauche jetzt hier... Äh... Ich glaube ich brauche mehr Jukeboxen und, äh... Macht ihr eine Jukebox? Ja, ich meine ich brauche mehr, äh... Äh... Naja, Holz. Ja, kann ich dir geben. Elf Stück habe ich noch. Wir haben übrigens Redstone knapp halt. Na, halt. Ach, ich doch. Ja, müssen wir nochmal. Egal, wir wollen ja bald wieder Höhle und dann... Bloß gib mir nochmal, ähm... Wie viel Holz? 16. Hey, wir kommen hier schon langsam unter Zeitdruck. Also jetzt mal zackig hier. Hallo! Fehlt ein Holz, Kieren. Hast du noch Holz? Ja, ich hab kein Holz. Ich hab noch Holz, ja. Gut, warte, ich geh noch ein bisschen hacken. Nicht, dass wir... Du wirst mal ein Holz in mich rein. So. Hyon. So. So. Äh, guck mal, hier die Bar irgendwie, ich weiß nicht. Muss die noch ein bisschen vielleicht geändert werden. Hier noch eine Trapdoor dran, so. Ja, das geht nicht. Geht das nicht in die Glasscheibe? Nein. Oder, achso, ich schätze mal, nicht. Äh, hier die Jukebox ist hin, Kieren? Ja, genau. Wofür war jetzt die Treppe hast du? Um mich dran setzen kann. Ich hatte keine Ahnung, Block da. So, dann macht er jetzt die andere. Soll da wieder ein Stone Slap drauf? Jo. Hatten wir unten auch, ne? Däumen, hast du noch Stone Slaps? Nein, aber ich schau mal, welche Interaktionen noch sind. Ich würde sagen, die Jukebox stellen wir hinter die Bar, oder? Ich weiß nicht. Oder DJ Table. Hm, irgendwie fehlt uns eine Discretion gerade, okay. Ja, egal, was kommt. Ich hab Slaps. So. Däumen, ich werde doch noch Verwendung für Zyran finden in der Bar. Ja? Ja. Wow. Haben wir Zyran, Bolle? Ja, sicher. Ja, mach hin. Auf dem Boden. Nein, unter die Bar. Ich hab noch eine geile Idee. Ja, jetzt aber wirklich mal zackig. Ja, ne, es hat nichts mit der Bar zu tun, ich mach's einfach mal. Vielleicht fällt's euch ja gar nicht auf. Wenn's euch nicht gefällt, dann. Ups. So, hast du richtig Däumen? Wie sieht das unter der Bar aus? Keine Ahnung. Ja, komm her. Nein, ich hab Wichtiges zu tun. Mach hin jetzt. Wir brauchen mehr LED. Brauchst du die Crafting-Box noch? Nein. Däumen, du willst doch nicht noch einen Song verlängern müssen. Verdammt. Was ist denn? Ja. Ja, ist gut. Okay. Was brauchen wir noch was? Hier unten sind wir fertig, ne? Ja, gut, dass wir Zyran genommen haben. Gut, so, dann würde ich sagen, alle Sachen in die Boxen, in die Zimmer. Was, was ist denn noch? Ja, okay, dann schnell. Was ist richtiges? Komm. Mehr Glas, ah, mehr Glaspains. Ich hol dir mal Glaspains. Wie lange hast du gemacht? Drei? Ja, äh, zu den Türen jeweils zwei Abstand. Ja, das hab ich schon verstanden. Ich wollte nur generell wissen, wie viel. Also dann, ja, ich hol mal mehr, 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 mehr Glaspains. Wir setzen hier noch, ja, den besten Feinschliff für euch an. Ja. Damit ihr einen geilen Download kriegt. So, ne? Was sind die Stonebricks, Box? Bist du sicher, dass du nicht noch, ne, noch eine Kacke machst? Ja, ich hatte richtig, so, doch, so macht es. Was sieht da, verdammt. Scheiße! Was? Es muss wieder abgerissen werden. Warum? Weil es ein höher muss. So sieht es Kacke aus. Oh, Däumen. Du bist so doof. Geht ganz schnell. Ja, jetzt. Du kannst es doch nicht an der Ecke machen. Sieht doch, dann muss das Glas da auch um die Ecke gehen. Ja, warum nicht? Wo ist die Stonebricks, Box? Ah, da. In der Mitte. Also nur einen dann hier, ja? So, ich leg mein Zeug schon mal in die Kiste. Alter, was ich für Müll in meiner Kiste habe. Hier wurde gefuscht. Alter. So, genau. Gefuscht. Andi war es. So. Jetzt haben wir hier oben schon mal nice Beleuchtung. Ah, hier fehlt noch einer. Ein allerletzter. Und hier hinten in der Ecke fehlt auch noch was. Okay, ich weiß nicht genau, wo er hin muss. Jetzt mach du mal. Hier hinten fehlt noch was. Scheiße, gerade auf der anderen Seite das Gleiche. Da ist es los, son. Ich würde es ein nach links machen, weil auf der anderen Seite kannst du es so nicht machen. Ja, okay. Aufsweit ein wird nach links. Ah! Alarm! Entschuldigung, ich hab dich geschlagen. Alarm! So, also nur einen Abstand, so. Das mach ich jetzt da drüben auch und dann... Ja. Schnell. Alarm. De, 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 de. Scheiße, ich hab jetzt meine Rüstung abzulegen. So, genau. Dann... Scheiße, es connected. Was? Ah, es connected. Ist doch egal, es passt schon. Hä? Was ist das? Geht schon. So, abgelegt. Connected ist doch da auch, oder? Ja. Und dann können wir auch gleich noch schlafen gehen, das ist ein schönes Ende. Dann geht mal jeder... Däumen alles ablegen, auch die Rüstung. Ah, ich hab gar keine... Ah, doch, ich hab hier eine Box. Alles rein? Alles rein. Ja, alles rein. Alles rein, in das gesamte Inventar, was du zurzeit hattest. So. Ja, genau, Rüstung nicht vergessen. Das siehst du ja nicht, wenn du in die Kiste gehst. Äh. Ich bin im Bett. So. Also, Download unten in der Beschreibung mit dem Game-Modus, der auf Facebook entschieden wurde am Wochenende. Also, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.